Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder Ich-Probiere-Mal-Zeit. Und heute ist wieder ein Getränk, ein Energy-Drink aus dem Hause Monster hier bei mir. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihn richtig aussprechen soll. Ein Mix-It Monster Punch Monster Punch Energy oder ein Monster Punch Monster Punch Energy oder ein Punch Monster Punch Energy Mix-It. Und... euch selber. Ja, es ist eine Dose in einem doch dunkleren Violettton und wieder mit einer leicht sandierten Haptik. Nicht ganz so stark wie bei manch anderen Sorten, aber auf jeden Fall ist eine gewisse Struktur hier spürbar. Was ich immer sage, einem hilft, so wie hier bei eiskalten Dosen, die dann schwitzen, die doch dann wirklich gut in der Hand zu halten. Es ist wieder das typische, so diese, ja, Beschriftungen sind ausgelassen. Hier ist es, wie immer, zwischen dem Monster M und hier am Rand ist, ja, dann halt diese Sand-Haptik fühlbar. Wie gesagt, etwas feiner als bei anderen Getränken. Und hier, wo die Schrift ist, ist es ausgelassen. Auch hier hinten natürlich bei der Nährwerttabelle und bei der Erklärung, was es damit auf sich hat. Wir schauen mal eben kurz auf die Zutatenliste. Wir haben Wasser, Zucker, Fruchtsaft. Okay, das lassen wir mal. Wir haben Glucose, Sirup. Wir haben aber ansonsten kein, ja, Aspartan oder Zuckerlose hier drin, für die, die es interessiert. Dann schauen wir mal, Kohlenhydrat haben wir, 9,5 Gramm darf von Zucker, 9 Gramm. Natürlich haben wir hier auch wieder Vitamine und dergleichen, bla 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 drin. Hier ist wieder auch der Hinweis, dass da, ja, Fett, gesättigte Fettsäuren und sowas drin sind in geringen Mengen. Lassen wir uns überraschen. Dann ein erhöhter Koffeingehalt mit dem Hinweis, das bitte nicht mit Alkohol zu mischen. Hier ist ja wahrscheinlich schon genug zusammengerührt worden. Und wir haben wieder unsere klassischen 32 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter. Ja, ansonsten natürlich die üblichen Sachen hier drauf, Handlogo und, und, und. Und ich lasse mich wirklich mal überraschen. Mit Saft wird wahrscheinlich dann wieder darauf hinauslaufen, dass da nicht ganz so viel Kohlensäure drin ist. Lassen wir uns überraschen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es in irgendeine bärige Richtung gehen wird. Ich wäre schwer enttäuscht, wenn das Ganze nicht, ja, irgendwie doch schon ins Dunkellila geht. Schauen wir mal, welche Bärensorte uns hier unter Umständen erwartet. Ob Grizzlybären, Eisbären. Okay, schauen wir mal. Ja, da war unser typischer ASMR-Moment. Ein sattes Knacken, recht leicht. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier im Glas erwartet. Okay. Ja, ist eher so, ja, rot-orange. Erinnert mich so ein bisschen an die Farbe von dem Gönner G Cheesecake. So in die Richtung ungefähr wird es gehen. Schauen wir mal, geruchlich. Ja. Irgendwas sehr Künstliches kommt mir hier entgegen. Aber jetzt nicht, wo ich sofort sagen würde, jo, macht Klick. Vom Geschmack her, vom Geruch her. Ja. Mag der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht sofort sagen können, oh ja, erinnert mich an diese Frucht. Es riecht fruchtig, ein bisschen künstlich, aber ich könnte jetzt nicht so ad hoc sagen, was es ist. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, also es ist erstmal, wie erwartet, wenig Kohlensäure. Merkt man und sieht man hier auch direkt im Glas. Also die Kohlensäure ist annähernd raus. Lässt sich dadurch wahrscheinlich auch schnell weghauen. Es kommt so im ersten Moment eine Fruchtnote, die ich persönlich jetzt nicht definieren kann. An sich eigentlich nicht unangenehm. Aber da kommt so eine richtig, also dann kriegt man wirklich so eine Süße mit. Und die ist schon, sie bleibt auch im Mund, muss ich wirklich sagen. Jetzt in dem Moment nicht unangenehm, aber man hat zuerst das Gefühl, es kommt was Fruchtiges. Dann kommt der Schlag mit der Süße. Ich mag mal hier wirklich kurz drauf gucken. Apfel, Kirsche, Mango, Cranberry, Banane. Das sind hier die Fruchtsaftkonzentrate. Okay, macht es deswegen vielleicht für mich auch persönlich nicht einfacher, zu sagen, was es ist. Grundsätzlich nicht unangenehm. Aber diese penetrante Süße, die auf einmal so im zweiten Moment kommt, die muss man mögen. Ich bin mal gespannt, aus dem Glas. Ja, auch hier aus dem Glas kommt diese Fruchtnote ähnlich wie aus der Dose rüber. Aber auch da nicht für mich definierbar. Und selbst noch nicht mal mit dem Wissen, was da für Fruchtsaftkonzentrate genutzt wurden. Ich würde vielleicht sagen, dass ich so eine Bananen-Apfel-Variante in der Nase habe. Aber das kann auch jetzt einfach nur sein, weil ich es gelesen habe. Schauen wir mal. Boah, ja, also man muss es süß mögen. Hei, hei, hei. Okay, also grundsätzlich süffig, wenig Kohlensäure. Es kommt am Anfang im ersten Moment so eine angenehme Fruchtsüße rüber. Dann haut es einem die Süße förmlich um die Ohren. Okay, bei 9 Gramm Zucker kann man es auch erwarten. Und dann schwillt diese heftige Süße ab. Dann bleibt so eine Fruchtnote im Mund. Und nicht unangenehm, aber man muss dieses Süße echt mögen. Also, verratet meinen Kommentaren, ob ihr... Ich spreche es jetzt nicht nochmal aus. Diese Punch-Monster-Variante mögt in dieser Mixed-Variante. Wie ihr sie findet, mögt ihr es generell eher süß, mögt ihr es eher ein bisschen säuerlich. Wie steht ihr generell zu den Varianten bei Monster, die ganzen Geschmacksrichtungen? Oder seid ihr da eher so ein bisschen klassisch unterwegs bei Red Bull oder so? Und ja, wie gesagt, falls ihr die Geschmacksrichtung kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt mal, wie ihr sie findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin.